so weiter geht's pokémon weiße edition letzten part der welche die rute weiter gegangen haben verkürzt abgeholt haben den park verkürzt beendet ich war der meinung dass der torm des himmels lang genug werden würde als dass ich ja was auch mal die graf der torspitze das heißt die hier unten sehen frohlocken wenn man sie erklingen lassen dies ist der torm des himmels wo die sehen der verstorbenen ihre ewige ruhe finden der gmw hoch wir haben es ja geheilt in diesem gebäude da natürlich wäre es geil ein leuchten lichte zu haben brauche ich nicht der tag ab was punktflug ist eine starke taki schluck lichter wurde besiegt also das wird jetzt ein relativ langer part geh von aus wenn nicht ich habe ich habe pech er fühle wie sich eine unterschreibliche energie durchdringt wie mich dich wichtig ich mich verschwinde vergessen sich und die riemen was ein ding die kronen der satz ist mit hauern was wahrscheinlich zornklinger pro 30 die decke wir können in diesem tag und strahlen gut er ist schön zu wissen was wir die Grenzer jetzt trotzdem das war jetzt doof gehen wir auf verpasst habt schaut euch 28 an da entwickelt sich dann so los schnitt gegen Monocytos könnte natürlich zurück schicken psychoschock ist eine spezielle Attacke die aber den physischen Verteidigung angreift das war neu Monocytos vergesst auf screen nach zu gucken wann sich meine pokémon wickeln naja ich denke mal VK wird sich gleich 36 gewickeln und alle anderen beiden auch Symbolara kannst du es jetzt aufgehoben sein durch das ich ausgetauscht habe das heißt ich gehe auf Symbol auf VK wieder und dann die Mächtige die Mächtige Zornklinge an Lichtschild die spezielle Verteidigung stark oder so hallo habe ich gesagt du sollst daneben gehen Symbolara oh 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 zack und was hat diese hinterher schnell oh für solche für solche moment habe ich das hat düsen übergebracht da da ich will nicht mehr ich auch nicht oh man das wird ein egal ein Part es wird ein Part mit Turbulenzen und Partnern und Nami wird auch aufgeheilt aufgeheilt ja ja das ist das richtige Wort ah miau miau das heißt ich will mit dir spielen ich will mit dir kämpfen ja genau so rede ich ich habe früher auch immer geredet als ich mit meinen Freunden spielen wollte nicht die Boxer spielen ja ja da ist Lucy wieso kitzelt da immer noch von Flamtee war pflanze mal oder so ich weiß es nicht ich weiß es nicht Flammblitz wäre zu heftig deswegen setzen wir ja man ey halt auf zu betreiben bei super Fähigkeiten hier sie so kids moly moly dürfte ein psycho pokémon bereit deswegen gehe ich auf phokar mit zornklinge moly moly was ja ein weibliches pokémon mit bestimmten vorzügen klopp item schwerer macht nix hat mich vor ein item einzusetzen dieser runde denn ich besiege dich einfach mit zornklinge Mann schwierig 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 das sind für mich auch ein Hypertrank und gehen direkt weiter in den Nüsten kommt wenn sich zwei Programme treffen es ist sehr wahrscheinlich dass sie sich auch einen Kampf fließen oder warum naja imolga ich hasse dich ich hasse dich no 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 noch keine stein pokémon attack akrobatik nein don't do this akrobatik ist gefährlich wenn er hm statik naja alice 24 ampel leuchte oh ja das brauchst du gerne hab denn anstelle des käferbisses diese ampel leuchte 12 ampel leuchte es kann auch fast ein zeichen dafür sein dass es sich jetzt bald weiter entwickelt quasi die wenn du das level noch nicht wärst während du dich entwickelst kriegst du die attacke und wenn du dich entwickelst und die attacke zu erlernen hat dir die attacke nochmal beigebracht zwei level später da wir langsamer sind oder auch nicht naja kurz halt einfach so kobe hauen röller 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 schlammelt sich dich mal ich weiß es ist ein fehler aber ich wollte auch mal die attacke zeigen schade schade ich bin dann wenn es link ich will lieber trinken eigentlich 14 jetzt werfen die zwei super trinken ein ein für den und ein für den also für verkaufen du sie natürlich parale die peiler kann man muss man später kaufen damit man hier aber wird auf erführung entfernen kann ein lichter das mich mal durch da ich will zum alten und du bist mir kämpfen nein ich möchte zu weitern von mir aus werden nein ich möchte weiter ich habe ein ganzes anderes starkes beruflich weil ich will doch nur zu beurteilen habt ihr frau auch mal item gesagt der kleinwart besterbar ich schon aber es ist nicht so gut das ist nur gefährlich wenn es bieten mega sorge einsetzt ab schluss sehr gefährlich und nochmals von klingeln ist es kaum erst blöde ist es ich wusste nicht dass es von typ pflanze käfer pflanze das pokon ist das ja das genau die weitere wirkung von dem pokon was er auf der hand hat ich bin dahin die flucht denn wir da war es können und der blöde herr meint sich ehrlich ich habe hier schon aufgeschrieben dass ich hier in den traum g hat herr meint sich nicht ich weiß wie die heißt ich kenne nur willow wisp also die englische form von irlicht auf der treppe erscheint ein pokémon ein lichter erscheint wir entwickeln uns bald was hat diese okay es ist eine warte diese besiegt das heißt ich kann wenn ich möchte psychos alles von psychos waren verliebt sich aus der politik hosen kopf hat es feinschlechter wird ne was hat diese zack bomp das bedeutet allerdings auch nein das nicht das heißt aber auch wir sollten uns noch mal hier lernen auch wenn es nur 46 kp sind die ich mit einem übertrag verschwenden die denn sie bestimmt gelingt es mir zu erwarten wer oder was du bist weil sie du bist das kontraktiv ist er war nicht schlecht zum niveau Pups Träumer Zornklinger als hat lieb nicht gilt nein nicht gut ähm kalt glaube es hat eine gute Verteidigung schwörung schützt vor gegnerischen Folterfang das ist schlecht tschüss schräum das ist auch nicht gut für mich wacht doch mal auf oh shit ein ekler naja die Verteidigung ist wieder gesenkt aber wir sind eingeschlafen okay Chancen ist wieder da was mache ich denn jetzt am besten ja ich weiß es ich habe fast keine andere Wahl als ein Treffer einzustecken oder zwei oder drei ei 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 shit boom Vergeltung oh ich hätte eigentlich mehr gehofft stärke was tschüss Leon war nett mit dir geschäftet zu machen ja jetzt wäre natürlich die Attacke nicht schlecht die es noch haben könnte also Nami ähm Kehrtwende ich wollte gerade U-Turn sagen deswegen muss ich überlegen eigentlich klar ey lass mal dein Kack eigentlich klar solche lässt sich halt Luftschnitt ein pump fuck erreicht Level 36 Zugabe ich kann bei Bekantattacken behalten natürlich kriegt jetzt mal viel ändern ja ich erlernt bald viel ändern werden natürlich nicht schlecht ähm wer ist denn auf jeden Fall Admurai 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 ja hab ich richtig geschrieben Schlitzer ja anstelle von ja jetzt ist das fiese äh mach mir keine Klinge weg ähm wie sind das andere Vorkommen was ich verratte und pf pf oh sogar mit ник s drüben 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 das ist unschön feier heil auf bei k einsatz aufgewacht ist jetzt wieder beleben oder nicht ich halte kraut ja leben es halt wieder es ist ja schlimm los parker sieh aber anders aus und leckte aber was hat diese um um die die erfolger pokon kam ververteilt regent geist hast jetzt lichter als teampartner die sie dies wie sie dies kaffee ja mal karte ja ein geistpuppen oder ja ich hab schon wenn das einfach mal so an ich werde zur mumie was auch immer ich habe ja weiter mit was du sagst in dem act selbst der part wird lang jetzt bei 18 minuten dann kann man die hälfte des tors reicht das ist mir egal der zeit langer part gold mit er das ist das pokémon wo ich denke was ich dachte eben lustigerweise kann gold wird tatsächlich die vm fliege in der lärm wenn ihr geister pokémon haben weit was fliegen kann wenn er pokémon haben wollte was sie kann ohne dass es ein flug pokémon ist weil ihr flug pokémon nicht wirkt von euch ein dinge ans was ihr eben gesehen habt dinge was ihr eben gesehen habt genau blut lichter der wegsatz lichter mal der wichtig lichter in feiner wichtig du nicht ja 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 los alex das schaffst du glaub an dich Ampel leuchtet? Nein. Wir machen Voltwechsel, falls es doch nicht reicht. Boom. Oh, das reicht tatsächlich nicht. Wer soll deine Erfahrungsmutter teilen? Lucy? Okay. Ähm, Feuerschlag. So bekamen wir noch nicht den Kampftyp drin. Das klingt ja auch gar nicht, glaube ich. Naja. FIFA ist der ausgelöscht. Alexi Redler ist 35. Yeah. Du hast genug? Na gut. Ah, ne Heilung. Hui. Ich bin hier um etwas für das Ende der Welt zu fahren. Aber bisher war ich noch nicht sonderlich erfolgreich. Vielleicht ist der irgendwie, wenn wir gegeneinander kämpfen. Ey, wie hat sich der Ton gerade ange... komisch angehört? Milodos. Milodos. Oh. Ich hätte ja auch gerne so ein Pokémon. Ähm. Um echt zu sein. Zocklinge. Boom. Ich greife hier mal eine physische Verteidigung an. Das ist eh höher als die spezielle, glaube ich. Da sich der Charme verdoppelt, ist das ein sicherer Tod. Blablabla. Aber jetzt muss ich noch die Trainerin besiegen, bevor die mich heilt. Bum, 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 bum. So lange finde ich erst an den Bandsticker. Bandsticker bräuchte ich nicht aufschreiben. Der ist unwichtig. Ich bekomme ich erst an den Bandsticker bräuchte ich nicht aufschreiben. Na ja, Molli Moorba. Big Hit. sie hatte ganz ganz dicke tüten die gedulden naja ok ich hab's schon von klinge das keine chance gegen mich ollie moore war auf eine sehr einsatz denn ich zum klinger bis zu k.o. und ein nachfolgungsprogramm auch das bekommt er schon in dreifachen der mitschaft oder in vierfachen verdoppelt er sich jedes mal wenn es sich jedes mal doppelt dann den vierfachen schaden marmolida auch wenn du viel kp hast pokémon steckt nicht mehr ein oder und wird von sehr getroffen naja macht er nichts zum klinge wird er wieder verdoppelt man sagt da sollte k.o. gehen oder nicht oder nicht naja leon mach es fertig los äh wer gestimmt reicht aus das darf nicht schreien ich war angestrengt und so er sagt mal vergeltung weil es hat mich ja jetzt angreifen können vergeltung vom und als anziger stärke trifft auf sich ein was soll der scheiß jetzt gku marmolida schenkt mir noch mehr kp erfahrungspunkte äh ja fleißpunkte für hp so marmolida extrem hohe kp dankeschön naja naja egal ähm kommt doch gleich noch ein rätsel zum laufen egal wir gehen einfach weiter hoch obwohl der torm des m2 seinen namen hat ach ja das ist eigentlich unwichtig lassen uns über eine runde kämpfen ähm wir können natürlich jetzt jederzeit rundtakt laufen und uns heilen bis bar ja machen wir einfach mal einen felsen oder so wird er dann nur 200 megabyte groß äh hört sich nicht viel an aber für mich ist das schon viel weil ihr müsst verstehen für 70 megabyte bräuchte schon fast eine stunde zum hochladen auch kommen eh spark gehen wir auf lehren der ist längst kurz vor ab 8 8 8 und setzen vergeltung ein body check das ist eine starke attacke 4 ab auf 9 japan 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 hat war mit mann hatte eine streitige ein Kuti Kuti Zag Belieber Kann natürlich jetzt so ausweisen Tu mir aber nicht Wir gehen lieber Direkt in die Augen des Mädels Flitiamo mal wieder Und wir haben kein Wir haben keinen Kalklinger mehr Naja, egal Schlitzern Amnesty Nicht Schlitzern nochmal Ah, nicht Anziehung, ey So ein ekliges Puppen möchte ich nicht Lieben Bestauvorliebe Deckt mich Schlitzern Go Stimme jetzt eigentlich Und Typ was Alles erreicht, Level 36 Oh yeah Typ No more Ist natürlich ein Ihr wisst schon Ein Tio Pokémon Ja, krieg ruhig mal an mein Und sammelt Ja, fährt die Attacke ab Ist logisch, ey Hey Bomb Ich möchte gar nicht mein Spezialfallangriff Steigern Status Heimittel Kommt mir wenig Ja, fucker war das Besiegt, dann hätte ich mir das Heipuder auch sparen können Gehen wir mal auf Alex Und Ampelleuchte Zack, 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 boom Ich hab ja jetzt mal alles schnell gespeedet Und Äh Voltula Doppelte Entwicklung bis jetzt Hier im Tor An Alex Wollte zu Voltular Verheffen das kleine Vieh Ähm Voltular nimmt man den Item weg Und Lucy kriegen das Klub Ist das jetzt oben oder so Ja, das ist oben Ja Plutzei weg Alex kriegt ihr das Glutzei Eben Plutzei Sehr schön Gehen wir mal zurück Und zwei Dallalalala Oh Ein Pik Graulorn Daher Wirkliche Pokonen Brauch ich überhaupt Hahahaha 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 Ich hab alles was ich benötige eigentlich Ja, auf der Tape kann man natürlich wieder was begegnen aber wir sind geheilt der derzeit spezialpart am dann hier wird sie oder zehn abonnenten erreicht er kuhl Köln gibt es der beste 10 65 65 dunkelklaue auch meist dunkelklaue eine stark attacke man kommt da nicht lang bringt mir doch noch mehr umwege bei piek-graulern feierschlag und so beibringen vielleicht ja nett aber wir sind am tor am tor spitz angekommen der radien oder da hast du gekommen bist was ich da vorhin gesehen habe das hat sich ein verletztes pokémon aber keine sorge das ist wieder in ordnung ich habe ihnen eine toppe leber gegeben und es war nur wieder fett genug und sich in die lüfte zu schwingen ich habe ganz schön scharfe augenfach allerdings sollte das bei einem piloten auch nicht anders sein achja wo du schon mal hier bist bitte nicht einmal die glocke klingen lassen die glocke oben im turm des hermels besanfte ich diese in der pokémon auch in den herzen der menschen hat jetzt schon wieder ok bahn 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 lieblicher klang du bist heute hengut ja mensch tiara du bist stark bist du auch sondern will ich mir dir nachher einmal vorstellen ich bin jaredin die leiterin der arena von panaro city und ich bin unser flugprogramm wenn du so alt bist dann komm doch bitte in meine arena dort bist du herzlich willkommen ok man wir haben unser voltular ja können wir von diesem turm aus wegfliegen zufällig ähm ja panda aero city das ist logisch naja über den wolken das heißt wir können auch fliegen flop so hm ja ja heilen wir unsere pokémon auch wenn die eigentlich quasi frisch gehalten worden sind aber nur so aus zur absicherung und dann würde ich sagen speichern wir nochmal eine runde und dann würde ich bald behaupten der part hat eine übermäßige überlänge das heißt wir sehen dass beim nächsten mal wenn es heißt wir gehen in die pokémon arena bis dann und ciao wow wow